Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Es gibt wieder Nachrichten von den Superchargern und, wie ihr es euch fast denken könnt, leider keine guten. In dem Video will ich euch ganz kurz zeigen, wie die Preise sich entwickelt haben in den letzten Jahren, wo wir jetzt sind und ganz wichtig dann auch. Am Schluss zeige ich euch zwei Alternativen, die ihr wählen könnt, wenn ihr jetzt eben die Supercharger zu teuer findet. Und da habe ich zwei richtig gute Sachen, ja vor allem der eine, ja den finde ich richtig gut, aber den zeige ich euch dann gleich. Also, wenn wir uns ganz kurz anschauen, wo wir herkommen, können wir sehen, 2020, da habe ich meinen ersten Tesla bekommen, da waren wir bei 35 Cent. Dann im Februar 2021 ging es um einen Cent hoch, dann waren wir bei 36 Cent. Dann im Mai 2021 ging es nochmal einen Schritt hoch, da waren wir dann wieder mit einem Cent gestiegen und waren dann bei 37 Cent. Dann kam der Schritt 4 im August, das man kann sehen, das geht hier Schlag auf Schlag. Da waren es dann eben 3 Cent drauf, da waren wir bei 40 Cent. Und hier hinten könnt ihr auch immer sehen, wie die prozentuale Entwicklung ist im Vergleich zu dem Preis davor. Schritt 5 war dann schon im Dezember 2021, da ging es dann 5 Cent hoch. Das war also noch vor dem Krieg in der Ukraine, auch wichtig zu bemerken. Ja, also da war schon die Tendenz stark steigend. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, warum im Dezember 2021 die Strompreise generell so explodiert sind. Das verlinke ich euch mal hier oben. Da könnt ihr mal sehen, was denn in diesem Dezember 2021 genau passiert ist. Weil da sind auch die Strompreise an der Börse explodiert und die Gründe sind wieder eben da. Dann im März 2022 war es das erste Mal, wo die Preise gestaffelt waren. Da hat man dann 1 bis 4 Cent oben drauf. Dann waren wir eben schon bei 46 bis 49 Cent. Also richtig heftig, wenn du überlegst, von 2020 von 35 Cent. Das war im September damals, wo ich gestartet bin mit dem Tesla. jetzt innerhalb von 1,5 Jahren hoch auf 46 bis 49 Cent. Und dann kam der Schritt 7, das war im April 2022. Da gab es nochmal genüssliche 3 Cent oben drauf und das sind dann eben wieder 6,1 Prozent. Und dann kam im Mai, war dann schon eine lange Zeit, ein Monat, also März, April, Mai, kam dann nochmal eine Preiserhöhung drauf, nochmal 6 Cent. Klar, das war natürlich dann auch eine Auswirkung von dem Krieg in der Ukraine, der ja Ende Februar losgetreten wurde. Und ja, deswegen kann man das irgendwo nachvollziehen, dass die Preise hier gestiegen sind. Seitdem in Ruhe und heute Morgen habe ich eben gelesen, dass die Preise wieder gestiegen sind. Ich hoffe, ihr sitzt, haltet euch gut fest. Tada! Wir gehen um 13 Cent nach oben. Richtig heftig. Also von maximal 58 Cent gehen wir hoch auf 71 Cent. Und das sind mal kurz 22,4 Prozent Preiserhöhung. Wer meine Videos verfolgt, ich mache auch immer Videos über den Strompreis generell und gebe euch Tipps, zu welchem Stromanbiet ihr wechseln könnt. Da gucke ich auch immer wieder bei Check24 rein. Und da sind die Strompreise ja auch so bei momentan Ende 60, Anfang 70 Cent. Also im Endeffekt sind das jetzt Strompreise, die man beim Tesla Supercharger bezahlt, die man momentan bei einem Neuabschluss bei Check24 als Hausstrompreis bekommen wird. Also, ja, hört sich jetzt verblöd an, aber ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben, dass Tesla da nochmal weiter zugreift. Aber das ist natürlich richtig heftig, weil wenn man jetzt überlegt, Tesla Model 3 Performance, ich fahre schon relativ schnell, brauche ich so 18 bis 20 Kilowattstunden oder manchmal 21, sagen wir mal, in dem Schnitt 20, dann sind wir hier also auf Langstrecke bei 14,20 Euro, die ich bezahlen müsste, wenn ich 20 Kilowattstunden brauche. Und das ist richtig heftig. Also 14,20 Euro, wenn man das hier davor vergleicht, da waren es im Endeffekt 7 Euro auf 100 Kilometer mit den 35 Cent. Ja, was soll ich sagen? Richtig heftige Preisentwicklung, aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht überrascht, denn es war abzusehen, die Strompreise an der Börse sind eben seit Mai 2022 auch wieder stark gestiegen und ja, auch die Preise für den Endkunden, die jetzt langsam auch ankommen bei den Vertragsverlängerungen, haben sie auch in sich. Und wie gesagt, wenn man jetzt bei Check24 oder so schaut, findet man eben genau diese Preisrange auch als Strompreis für zu Hause. Ihr könnt es auch selber nochmal nachprüfen mit der Preiserhöhung. Wenn ihr in eure Tesla-App reingeht, da könnt ihr im Endeffekt, auch wenn ihr keinen Tesla habt, sagen, Laden eines Nicht-Teslas, da gibt es so einen Menüpunkt und da könnt ihr im Endeffekt sehen, was denn der Preis ist. Und ich habe jetzt einfach mal bei mir in der Nähe mal geschaut, in Böblingen wären es 81 Cent, aber wichtig, das ist ja für die Nicht-Tesla-Fahrer ohne Abo. Und wenn man eben ein Abo machen würde, dann zahlt man glaube ich 13,99 Euro, dann wären es eben diese 69 Cent und das ist eben der Preis, den auch ein Tesla-Fahrer bezahlt. Und in Leonberg ist es ähnlich, da haben wir im Endeffekt 82 Cent für die Nicht-Tesla-Fahrer und für die Tesla-Fahrer hier dann 70 Cent. Aber ich habe eben auch Screenshots gesehen, wo es bis auf 71 Cent hochgeht. Ja, also richtig krasse Preisentwicklung, aber es wird momentan ja eh alles teurer, Strompreise explodieren sowieso und deswegen war das irgendwo abzusehen. Aber es ist natürlich die Frage, und nun, was machen wir jetzt? Und da will ich euch zwei Tipps geben, auf die ihr momentan zumindest noch ausweichen könnt, wenn euch die Preise am Supercharger so hoch sind, was ich absolut verstehen kann. Ich brauche es zum Glück nicht oft, weil wenn ich irgendwo hinfahre, dann sind es meistens so 200-300 Kilometer, das heißt, ich kann dann wieder zu Hause laden, ich habe die PV-Anlage, also mich trifft diese Preisehörung nicht so stark. Nichtsdestotrotz fahre ich ab und zu raumer längere Strecken und dann wird es natürlich auch mittlerweile richtig teuer. Aber ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Alternativen, die ihr noch habt. Die erste Alternative, die ihr habt, ist ENBW. Da könnt ihr euch die Mobility Plus Ladekarte holen, kennt bestimmt die meisten von euch. Wirklich deutschlandweit und europaweit seid ihr da sehr gut abgedeckt und die Preise sind da momentan echt noch gut. Also wenn ihr schaut, im Standardtarif zahlt ihr 45 Cent für AC und 55 für DC, aber Achtung, ganz wichtig, Ionity ist ja nicht mehr drin, da zahlt ihr 79 Cent, ansonsten sind es im Endeffekt die Preise. Es gibt dann auch den Vorteilstarif für ENBW-Kunden oder auch wenn ihr eine ADAC-Karte habt, dann bekommt ihr auch diesen Vorteilstarif. Und da zahlt ihr im Endeffekt momentan noch an ENBW-Ladern 38 Cent für AC und 48 Cent für DC und bei anderen Betreibern 42 Cent für AC und 52 Cent für DC. Also nochmal ein bisschen günstiger wie dieser Standardtarif hier, aber mittlerweile ist sogar der Standardtarif hier sehr interessant. Auch wichtig hier, auch wenn ihr den Vorteilstarif habt oder egal bei welchem Tarif hier, Ionity ist nie mit drin. Und Ionity ist ein gutes Stichwort, denn auch für Ionity gibt es ein wirklich günstiges Angebot. Also wenn ich jetzt Vielfahrer wäre und ich wäre mit dem Ionity Netz, auch mit der Aufteilung der Lader zufrieden, dann würde ich ganz klar auf Ionity setzen, denn es gibt hier einen super Tarif von ELI und da zahlt ihr zwar im Monat 12,99 Euro Grundgebühr, aber da bekommt ihr im Endeffekt AC für 37 Cent, DC für 47 Cent und jetzt wird es richtig cool, Ionity für 35 Cent. Und die Verträge, so wie ich es zumindest schon verstanden habe, schließt man aufs Jahr ab. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt abschließt, dann seid ihr auf jeden Fall mal ein Jahr safe und habt dann im Endeffekt ein Jahr lang Laden für 35 Cent an den Ionity, also für jemanden, der öfter Langstrecke fährt und eben unterwegs laden muss und auch gerne mal an den Autobahnen lädt. Das finde ich ja bei Ionity super, die stehen auch sehr oft an den Autobahnraststätten und bei den Supercharger muss man irgendwo immer runterfahren, irgendwo auf einen Parkplatz oder zu einem McDonalds oder wie ich hier in meinem Video vom Urlaub auch gezeigt habe in Italien, oft irgendwo an irgendwelche Hotels und da steht man dann nachts irgendwo im Dunkeln, also das finde ich bei Ionity nicht so. Deswegen, ich finde das Netz von Ionity super, die Standorte sind sehr gut, deswegen für jemanden, der viel fährt, Leute, guckt euch den Tarif an und ich glaube, es ist kein Fehler, wenn ihr ab und zu mal unterwegs ladet, euch den Tarif hier zu holen, die 12,99 Euro, habt ihr gleich wieder drin bei 60 Kilowattstunden im Monat und 60 Kilowattstunden ist ja nichts, wenn ihr einmal richtig euer Auto vollladet von 10 auf 80 oder so, dann habt ihr schon 50, 60 Kilowattstunden drin. Also Leute, wenn ihr viel fahrt und auch in den nächsten Monaten noch viel fahren müsst, schnappt euch den Tarif, wenn habt ihr zumindest die 35 Cent bei Ionity mal für ein Jahr fix. So, das soll es aber auch gewesen sein. Ich finde es schade, dass die Entwicklung bei Tesla Supercharger und so weiter geht. Wie gesagt, die Strompreise explodieren und das war abzusehen. Ich finde es aus zwei Gründen schade. Zum einen, weil eben die Tesla-Fahrer ja mehr und mehr ihren Vorteil verlieren, dieser einfachen Routenplanung, weil viele Leute werden jetzt nicht mehr an die Supercharger fahren wollen, das ist einfach zu teuer, solange es zumindest noch solche andere Alternativen gibt, weil man muss ja dann im Endeffekt auch wieder die Route anpassen und die Supercharger rauswerfen und so weiter. Deswegen ist es eben schade für die Tesla-Fahrer. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade für die Öffnung der Supercharger, denn ich hatte wirklich Hoffnung, wenn jetzt Tesla sein Netz Stück für Stück freigibt und das tun sie ja schon. Ich verlinke mich mal ein Video hier oben, da könnt ihr sehen, was denn der aktuelle Stand ist und welche Superchargers schon freigegeben sind. Da sind ja schon einige Länder mit dabei und eben auch Deutschland. Und genau diese Öffnung der Supercharger habe ich immer als große Hoffnung gesehen für die Elektromobilität, denn wir Tesla-Fahrer wissen, dass Tesla Supercharger-Netzwerk ist super und wenn das eben auch für andere aufgemacht wird, wäre das genial. Denn es gibt an den Standorten immer sehr viele Charger und die funktionieren eben auch immer und es hätte einen richtigen Schub geben können für die Elektromobilität, weil im Endeffekt mit dem Öffnen der Supercharger das Angebot an öffentlichen Ladesäulen ja wirklich nochmal einen riesen Schritt nach vorne bekommen hätte. Aber es ist halt so, jetzt müssen wir mit den Preisen leben. 69 bis 71 Cent am Supercharger seit dem September 2022. Wenn euch solche Sachen rund um Tesla und Elektromobilität interessieren und ihr auch auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Öffnung der Supercharger angeht, dann abonniert gerne meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. In dem Fall macht's gut, bleibt gesund, euer Steffen von Retro & Future. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020